Fünf, vier, drei, zwei, eins. Wenn wir das Wetter verstehen, können wir uns gegen Fluten, Dürren und Hungersnöte schützen. Ich will Sie um Unterstützung für meine eigene Ballonfahrt ersuchen. Sie haben die einmalige Chance, die Welt zu verändern. Sie müssen sich ihr stellen. Vielleicht überzeugen Sie einen, der verrückt genug ist. Vielleicht der diese Frau. Sind Sie Miss Rem? Ich will mit Ihnen die Luft untersuchen. Ich will, dass Sie uns höher fliegen, als je ein Mensch geflogen ist. Haben Sie überhaupt einen Ballon? Noch nicht. Werden Sie mir helfen? Sie sind zu spät. Sind Sie bereit? Sie werden nicht glauben, wie bereit ich bin. Am heutigen Tag erleben Sie, wie Geschichte geschrieben wird. Der Druck ändert sich schneller als erwartet. Jetzt fängt es an. Passen Sie auf! Amelia! Waren Sie denn schon mal in einem Ballon? Wissen Sie, wie sich Sauerstoffmangel auswirkt? Was haben wir zu verlieren? Unser Leben. Das kann bedeutsamer als unser Leben sein. Hält Ihnen auf, dass es völlig still ist? Wir sind jetzt höher, als je ein Mensch gewesen ist. Noch immer kein Lebenszeichen. Das Steuerventil ist eingefroren. Halten Sie durch. Ich halte durch. Das Steuerventil ist eingefroren. Das Steuerventil ist eingefroren. Das Steuerventil ist eingefroren. Das Steuerventil ist eingefroren. Das Steuerventil ist eingefroren.